Salvete omnesque lingua latinam discere na animo abetis. Ich begrüße Sie zum vorläufig letzten Teil mit Kirchenlatein, mit ecclesiastischem Latein. Wir lesen heute eine Stelle aus dem Johannes-Evangelium, also dem vierten Evangelium, das kein synoptisches ist. Und zwar lesen wir Johannes 3, 1 bis 8 die Ankündigung, wenn Sie so wollen, die Ankündigung der Taufe in einer gewissen Weise als spirituelle Voraussetzung für besondere Gottesnähe. Die Stelle ist sprachlich besonders einfach und ist für Sie auch aus dieser Sicht, denke ich, recht erfreulich. Und ich könnte mir vorstellen, dass man da schon einiges auch beim ersten Durchgang beim Hören versteht. Wie immer in drei Durchgängen einmal vorlesen, ein zweites Mal vorlesen mit grammatikalischen Anmerkungen. Dann stoppen Sie das Video, übersetzen selbst und das dritte Mal biete ich dann die endgültige, fertige Übersetzung zur Kontrolle. Und wie immer sage ich dazu, Sie sind herzlich gebeten, den ersten Durchgang sich nach getaner Arbeit noch einmal anzuhören, bzw. noch einmal durchzulesen, um, wenn Sie den Text können, ihn dann auf Latein direkt noch einmal sich anzuhören und ihn direkt auf Latein zu verstehen. Den Text finden Sie wie immer unter dem Video. Ich bitte darum, den Text ausgedruckt bei sich zu haben, wenn Sie dieses Video ansehen und damit arbeiten. Die Aussprache ist, wie in den letzten Videos auch, thematischerweise bedingt, die ekklesiastische, also quasi italienische Aussprache des Lateins. Und ich beginne mit der Verlesung Johannes 3, 1, 8. Erat autem homo ex fariseis Nicodemus nomine, Princeps Judeorum. Ic venit ad eum nocte ed dixit ei, Dicit ad eum Nicodemus, Quo modo potest homo nasci, cum senexit? Numquid potest inventre matris sue, iterato, intruire, et nasci? Respondit Iesus, Amen, amen, dico tibi, Nisi quis renatus fuerit, Ex aqua et spiritu, Non potest intruire in regnium Dei. Quod natum est ex carne, Caro est. Et quod natum est ex spiritu, Spiritus est. Non miereris, Quia dixitibi, Oportet vos nasci denuo. Spiritus, Ubi vult spirat, Et voce meius audis, Set non shis, Unde veniat, Et quod vadat. Sic est omnis, Qui natus est ex spiritu. So, wie gesagt, mal sehen, wie viel sie beim Mitlesen oder Zuhören jetzt schon verstanden haben. Hier sind einige sehr schlichte Sätze dabei, mit auch relativ einfachem Vokabular, die noch dazu, falls ihnen das thematisch irgendwie vorher vertraut sein sollte, möglicherweise ein relativ gutes Verständnis des Textes ermöglichen. Wie dem auch sei, hier kommt der zweite Durchgang, bei dem ich noch einmal lese, und Anmerkungen mache zu Grammatik und Vokabular. Er adautem homo ex phariseis. Homo hominis, homo hominis, klassisch ist der Mensch, im Latein heißt das noch Mensch und nicht Mann, wie in den romanischen Sprachen, hombre, homo, hom, sondern Mensch allgemein, ohne das Geschlecht zu spezifizieren. Pharisäer ist Ihnen sicherlich ein bekannter Begriff. Das Neue Testament versteht unter den sogenannten Pharisäern, die, wenn sie so wollen, die rabbinische, die rabbinische Mischna-Studierende und letztlich schon die Vorarbeiten zum Talmud leistende Klasse von schriftgelehrten Rabbinen im Judentum. Es ist das die Strömung im Judentum, die sich dann in nachchristlicher Zeit durch den Talmud noch massiver durchsetzt und das ist dann das, was wir heute unter orthodoxem Judentum verstehen. Also es sind nicht irgendwelche anderen Leute, die Pharisäer von so einer anderen Gegend oder so, sondern damit ist diese Kategorie von schriftgelehrten gemeint. Interessant übrigens, von diesen Pharisäern heißt da einer Nikodemus. Das ist ein griechischer Name und man soll nie vergessen, dass damals im Nahen Osten die in den Städten, in den größeren Städten zumindest lebenden Juden, allesamt längst hellenisiert waren. Das heißt, viele hatten auch griechische Namen und haben im Alltag auch griechisch gesprochen und nicht aramäisch. Einer der berühmtesten von ihnen ist der sich später Paulus genannt habende Spätapostel und eigentlich ein Begründer der christlichen Bewegung als Kirche. Nun, wie auch immer, also auch hier ein Pharisäer, ein Rabbiner mit griechischem Namen. Prinzebs, natürlich hat das wahnsinnig viele Bedeutungen. Hier heißt es einfach nur so etwas wie ein Anführer oder eine herausragende Person, Judeorum. Es wäre absurd, das mit Fürst zu übersetzen. Ebenso wäre es absurd, das mit Kaiser zu übersetzen oder mit Doja des Senats. Alles Bedeutungen, die Prinzebs, Prinkeps klassisch im Lateinischen haben kann. Hier ist es einfach nur ein Leader, ein Influencer, wenn Sie so wollen, Judeorum. Judei sind die Juden, das ist klar. Ich finde kaum was, was ich Ihnen erklären muss, oder? Hik von Hik Hekok. Venit ad Eum, Eum von Is Eaid. Nocte, achten Sie auf den Fall. Nox, Noctis. Konsonantische Deklination, was ist da Nocte? Edixit Eid. Doppelpunkt, direkte Rede. Rabi. Rabi. Hebräische Wörter immer am Ende betonen. Also nicht Rabi, wie wir auf Deutsch sagen, sondern Rabi. Das ist sozusagen der Vokativ, nur wird das Wort nicht lateinisch dekliniert. Also es ist die Anrede. Rabi. Schimus. Klassisch lateinisch. Schimus von Schire. Das heißt, wie Sie wissen, wissen. Quia ist ein interessanter Fall. Quia gibt es im klassischen Latein in dieser Bedeutung nicht. Quia heißt im klassischen Latein nämlich weil. Weil. Nun, im Altgriechischen und auch im Koinegriechischen, in dem ja das Original des Johannes Evangeliums geschrieben ist, ist das Wort für weil Hotti. Hotti. Und dieses Hotti heißt sowohl weil als auch das im Griechischen. Es kann also anstelle eines ACIs stehen. Ganz genauso wie in den modernen europäischen Sprachen, wo wir eben das, that, ke, ke, diese Wörter haben. Sie haben das Problem ja schon durchgemacht im Grammatiksemester letztes Mal. Sie kennen dieses Problem. Im Lateinischen gibt es diese Das-Sätze nicht. An deren Stelle gibt es den ACI. Im klassischen Latein. Im Griechischen gibt es aber dieses Wort Hotti. Das genau weil, aber auch dieses Das heißen kann. Und jetzt kommt das Übersetzungsproblem. Der Übersetzer will, wie in der Einleitung zum ecclesiastischen Latein besprochen, so wörtlich wie möglich übersetzen und verwendet daher als Übersetzung für das griechische Wort Hotti, das hier im Sinn von Das steht, also wo im Lateinischen eigentlich ein ACI jetzt kommen müsste, verwendet der Übersetzer die wörtliche Übersetzung von Hotti mit Weil auf Latein Queer und gibt damit dem lateinischen Wort Queer, das eigentlich Weil bedeutet, die zusätzliche Bedeutung Das. Und das ist auch etwas, was im Kirchenlatein sich dann massiv fortsetzt, im Mittellatein auch massiv, dass man anstelle des ACI's Queer, auch andere Wörter, Quod, vielleicht noch häufiger, aber im Kirchenlatein massiv Queer als Ersatz für den ACI in der Bedeutung von Das verwenden kann. Es ist, also die Übersetzung ist nicht nur stilistisch schlecht, sie ist grammatikalisch falsch, aber das Bemühen original am Text so nah wie möglich dran zu bleiben, erzeugt diese eigenartigen Phänomene. Also, Sie wissen, Sie sind im Kirchenlatein, also heißt Queer nicht nur Weil, sondern auch Das und ersetzt einen ACI. Und damit ist es ganz leicht. Rabbi Klassisch würde man eher sagen Nullus Nemo Niemand Magister Nemo soll heißen Kein Magister Also ja, etas was es heißt Lehrer Meister meinetwegen Es ist wohl das was im Aramäischen der Mar-Titel ist Mar Jeshua Mar Toma und so weiter Magister Nemo en impotest EG signa facere que tu facis Was ist hier gemeint? Die Vokabeln sind leicht. Ich betone nur vielleicht, dass das Wort EG klassisch HEIG nicht das Femininum Einzahl ist. Sie denken an HIG HEIG HOG nicht das Femininum Einzahl sondern Neotrum Plural der da lautet HE HEIG HEIG und zu diesem HEIG passt sehr gut SIGNA von SIGNUM Ekklesiastisch SIGNUM SIGNIA und das heißt das was sie vermuten nämlich Zeichen. Die Frage ist was soll das bedeuten? In jüdischer Tradition sind das was wir als Wunder bezeichnen und das später dann mit dem Wort Miraculum im Lateinischen beschrieben wird diese Wunder gemeint sind diese Wundertaten die Jesu die heißen jüdischer Tradition heißen die Zeichen Zeichen für besondere Präsenz Gottes Das sind die SIGNIA die hier gemeint sind Magister Nemo potest exigna facere que tu facis Nisi Nisi ist einfach nur die Negation von si also wenn nicht Fuerit Deus Gumeo ganz einfach außer Fuerit wie in der letzten Einheit besprochen handelt es sich bei dieser Form Fuerit um ein Futur exakt und im Latein gerade im späteren Latein wird der Gebrauch dieses zu einem Futurum oder zu einer prinzipiellen Aussage parallel betrachtete parallel also Futur exakt sehr häufig verwendet es ist eine Form die später dann total ausstirbt in den romanischen Sprachen mit einer Ausnahme den portugiesischen aber Fuerit ist nicht konjunktiv perfekt sondern Vor-Zukunft im Deutschen kann man das meinetwegen in einer schlampigen Übersetzung auch einfach mit dem Präsens wiedergeben im Deutschen würde man hier auch die Vor-Zukunft als Native Speaker wenn man originell formulierte gar nicht verwenden Respondit Jesus Edixit EI EI Sie wissen dass das der Dativ von Is EIT ist Amen Amen Dikotibi Amen also nicht Amen sondern Amen sagt er Amen Amen das heißt in wirklich Amen was heißt es Ihnen ist es allen vertraut als ein wenn sie so wollen heiliges Wort am Ende eines Gebetes aber es ist ein echtes aramäisches Vokabel es heißt sicher ja im Ernst wirklich das heißt Amen und am Ende eines Gebetes sagt man das auch einfach nur im Sinn von und genau so ist es ja stimmt so soll es sein genau so ist es sicher Ernst das was ich gesagt habe habe ich ernst gemeint aber es gibt es auch als Interjektion beziehungsweise einfach als Eigenschaftswort oder Adverb also die häufigste Übersetzung die mir so im Ohr schwingt im typisch deutschen Bibelsound ist wahrlich wahrlich allein kein Mensch würde heute wahrlich wahrlich sagen und hat auch niemals jemand auf Deutsch wahrlich wahrlich gesagt das ist dann im Deutschen dasselbe wie vorher auf Latein eine schlechte Übersetzung wenn Jesus auf Aramäisch Amen Amen gesagt hat dann heißt das sowas wie allen Ernstes ja wirklich Amen Amen Dicotibi Dicotibi ist leicht oder hoffe ich das einzig schwierige Wort ist Tibi das ist der Dativ von Du Dicotibi Nisi quiz natus fuer dit denuo ja das Quiz könnte Ihnen ein Problem machen Quiz heißt wer aber prinzipiell können Fragewörter alle Fragewörter nicht nur das Wort Quiz an eine Konjunktion nicht an jede an bestimmte aber wir wollen ja nicht zu weit gehen angehängt werden Nisi quiz und was ist dann wenn ein Fragewort an eine Konjunktion angehängt wird passiert im Lateinischen dasselbe wie in österreichischer Umgangssprache wenn wer was braucht wenn wer heißt nicht da ist wer kein Fragewort sondern in dem Satz wenn wer wenn wer will wenn wer was braucht ist das sowohl das Wort wer als auch das Wort was angehängt an das wenn von seiner Tonalität her angehängt daran verwandelt in ein in Definitpronomen es heißt plötzlich jeder jeder Entschuldigung jemand bedeutet es natürlich in Definitpronomen habe ich ja gesagt jeder ist kein Definitpronomen jemand wenn wer Zeit hat wenn jemand Zeit hat Wannst wo was findst wenn du wo etwas findest wenn du wo wo ist auch nur die Abkürzung von irgendwo also Fragewörter können sich tonal also akzentmäßig anhängen an eine Konjunktion verlieren dadurch ihre eigene Betonung und verwandeln sich vom Fragewort dadurch in das jeweilige Indefinitpronomen also wo in irgendwo wer in irgendwer und so weiter und so fort also heißt Nisi Quiz wenn nicht jemand Nisi wenn nicht einer Wann nicht wer in der Umgangssprache könnte man das österreichisch durchaus sagen aber im Hochdeutschen eben nicht Wann nicht wer wenn nicht jemand wenn jemand nicht Natus fuerit den Nouveau den Nouveau de Novo de Nouveau aufs Neue wieder ja was Natus heißt kann ich mir kaum vorstellen dass sie nicht wissen es kommt jedenfalls vom Verbum Nascor sein Deponens und was es heißt falls sie es nicht wissen schauen sie es nach Nun potest videre Regnium Dei das Regnium Dei ist ein stehender Begriff in den Jesusreden das Königreich Gottes Dicit Adeum Nicodemus Quomodo potest homo naschicum senexit Quomodo ist eigentlich aus zwei Wörtern zusammengesetzt Quo und Modo also wörtlich heißt es auf welche Weise mit einem Wort wie Quomodo lebt weiter in Spanisch como wie Quomodo potest homo naschi bedenken sie das Wort nascor ist ein Deponens also ist naschi klassisch ausgesprochen naschi der formal passive Infinitiv es ist aber für uns in der Übersetzung ein normaler aktiver Infinitiv auf die Welt kommen oder meinetwegen wenn sie es mit geboren werden übersetzen dann hätten sie in diesem Fall einmal ein Deponens auch im Deutschen im Passiv übersetzt cum senexit cum sit cum mit dem Konjunktiv also welche Übersetzung von cum passt hier was kann cum mit dem Konjunktiv alles heißen als nachdem weil aber auch obwohl was passt am besten numquid potest in ventre matrisue iterato intruire naschi numquid ist eine verstärkte Form der Frage Partikel num über die Frage Partikel nonne und ne haben wir vor kurzem erst gesprochen num leitet eine Frage ein auf die man eine negative Antwort erwartet im Deutschen kann man so etwas deutlich machen indem man die Partikel etwa verwendet möchtest du möchtest du etwa möchtest du etwa eine Tasse Reis klammer auf ich hoffe du sagst nein denn ich habe keinen zu Hause dieses etwa entspricht dem Lateinischen dem Num und das steht aber immer am Anfang des Satzes des quid heißt hier gar nichts nun quid potest inventre matri sue iterato ist ein Adverb das erneut wiederum heißt also fast ein Synonym zu denuo intro 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 ihre ihre ist gehen intro hinein und damit ist klar was der Satz heißt oder respondit jesus amen amen übrigens auch jesus sollte man eigentlich streng genommen im ekklesiastischen latein jesus aussprechen die aussprache jesus man hat so im ohr vom deutschen her aber im im kolonik griechischen es ist jesus jesua jesu also jesus jesus das ist auf jeden das wäre der richtige klang also jesus sagt amen amen dikotibi er sagt dasselbe noch einmal nisi quis renatus renatus zur verdeutlichung renatus furit ex aqua et spiritu und sie können sich bei aqua und spiritus schon vorstellen was damit gemeint ist non potest introire in renium dei jetzt kommt eine prinzipielle Aussage quod natum est ex carne caro est et quod natum est ex spiritu spiritus est quod das relativpronomen im neutrum vielleicht am besten mit was hier zu übersetzen caro ist der nomenativ von dem wort caro carnis die form carne die kennen sie allein schon von chili und carne im nomenativ wie so oft bei konsonantisch deklinierten wörtern gibt es eine überraschende form und das ist in diesem fall die form caro hat nichts mit carus caracarum liebteuer wert zu tun quod natum est ex carne caro est quod natum est ex spiritu spiritus est non non mireris das ist interessant non mireris miror ist ein deponens miror mirari heißt sich wundern staunen mit mit erstaunen auf etwas schauen davon dann spanisch mirar schauen aber auch admire bewundern admirari soviel zum vokabel es ist ein deponens es ist in der a konjugation was ist dann mireris für eine form es ist der konjunktiv präsens dieser ist hier nicht verneint mit ne also ist es kein verbot sondern mit non also ist es ein potenzialer konjunktiv oder so in der ort oder es ist einfach nur schlechtes latein was natürlich auch sein kann ich habe jetzt die griechische stelle nicht unmittelbar bei der hand um zu überprüfen ob das non sich nur einer schlechten übersetzung aus dem griechischen verdankt aber auch im griechischen müsste ein verbot mit der anderen negation nämlich mit me statt u sein also na das wird schon also mit einem wort non mireris ist kein verbot sondern es ist sowas wie ein potenzial würdest sollte vielleicht sowas mit solltest non mireris du solltest nicht mireris quia wiederum in der bedeutung von das als übersetzung des griechischen otti nicht in der klassischen lateinischen bedeutung von weil non mireris quia dixitibi oportet vos nasci denuo oportet ist ein unpersönliches verbum es gibt praktisch nur in der dritten person einzahl und es bedeutet ilfo bisogna man muss es ist notwendig das und davon hängt ein aci ab oder im späteren latein ein das das geht hier aber erstaunlicherweise nicht nein hier wird eine infinitiv konstruktion mit dem markusativ gemacht von oportet hängt hier wie es im klassischen latein auch sein sollte ein aci ab vos ist nicht nur nominativ sondern auch vierter fall und damit ist klar was es heißt oportet vos nasci denuo spiritus ubi vult spirit vult ich habe es einmal schon erwähnt aber sie werden es wahrscheinlich vergessen haben es kommt auch nicht so oft vor ist eine form des unregelmäßigen verbums verbums velle klassisch ausgesprochen velle das heißt wollen und es konjugiert im präsens volo vis vult volumus vultis volunt denken sie an voloar auf französisch oder an volere auf italienisch da finden sie sogar in der konjugation recht ähnliche formen il ve vole ja also spiritus ubi vult spirit hier wird mit dem äh etymon also mit der ursprünglichen Bedeutung des Wortes spiritus gespielt im altgriechischen pneuma beides pneuma kommt von pnein das heißt atmen und spiritus kommt ebenfalls von spirale das heißt auf latein atmen der geist ist eigentlich der atem der lebensatem dieses nicht sichtbare aber sehr wohl vorhandene etwas feinstoffliche oder gar immaterielle das ist eine ansichtssache von philosophie zu philosophie dass das leben erst zum leben macht das den toten körper lebendig macht spiritus ubi vult spirit natürlich vielleicht spirale hier nicht zu übersetzen mit atmen sondern vielleicht mit wehen so wie der wind weht et vocem eius audis vocem des spiritus set non schis unde veniat klassisch würde man neschis also neschis sagen unde heißt woher unde veniat warum steht hier veniat und nicht venit weil im lateinischen standardgemäß indirekte fragen im konjunktiv stehen non schis unde woher veniat et quo das ist nicht der applativ von quico equo sondern das fragewort quo wohin sie kennen quo vadis vielleicht quo vadat hier haben wir auch vadere ein wort das im klassischen latein noch hatschen bedeutet das hier bereits als normal wort für gehen wie dann später in den romanischen sprachen verwendet wird sic est omnis qui natus est expiritu omnis kann heißen ganz vollständig aber auch jeder sic est omnis qui natus est expiritu gut ich denke das wird Ihnen ich hoffe es ist Ihnen leicht gefallen wie auch immer fertigen Sie jetzt eine schriftliche Übersetzung an stoppen Sie das Video und schauen Sie sich danach erst die Auflösung an und diese kommt jetzt erat autem homo ex pharisäis nicodemus nomine princeps judeorum da gab es einmal da gab es aber da war einmal da war aber ein Mann ein Mensch einer von den Pharisäern mit Namen nicodemus eine herausragende Figur ein prominenter unter den Juden dieser venit adeum nocte dixi day dieser kam in der Nacht zu ihm und sagte zu ihm rabbi rabbi übersetzen wir rabbi mit rabbi glaube ich oder eigentlich mein lehrer wir wissen dass du von gott gekommen bist denn kein lehrer kann die wunder tun die du tust kann die zeichen setzen die du machst wenn er nicht wenn nicht gott mit ihm wörtlich gewesen sein wird zuvor also auf deutsch einfach wenn nicht gott mit ihm ist respondet jesus edixit jesus antwortete nicht antwortet das wäre respondet respondere ist e konjugation jesus antwortete edixit a und sagte zu ihm allen ernstes oder meinetwegen wenn sie den sound gern haben diesen wenn sie diesen weihrauch parfümierten klang so schätzen sollten dann wahrlich wahrlich ich sage dir nisi quisnatus furi deno wenn jemand nicht wiedergeboren wurde nun potest videre renium dei kann er das reich gottes nicht sehen man muss dazu auf noch einmal geboren werden dicit adeum nikodemus daraufhin sagt nikodemus zu ihm nikodemus findet das absurd weil er es ganz wörtlich nimmt quomodo potest o monaschic um senexit wie kann bitte ein mensch geboren werden um senexit ich würde sagen obwohl er ein alter mann ist denn nikodemus ist ein alter mann wie soll einer geboren werden obwohl er ein alter mann ist nun quid potest in ventre matri sui tarato intruiret naschi gutes beispiel für jüdischen humor wie kann jemand also kann er etwa so die rhetorische frage kann er etwa in den bauch seiner mutter erneut hineingehen und auf die welt kommen blödsinn nicht respondit jesus daraufhin antwortete jesus amen amen di gotibi alle ernstes ich sage dir nisiquis renatus furi dexac white spirit und potest intruire in rennium de wenn einer nicht aus wasser und geist wieder geboren wurde kann er nicht in das königreich gottes eintreten bibelsound auf deutsch eingehen in das reich gottes ja das ist auch aus heutiger sicht schlechtes deutsch wer gescheitert das so zu übersetzen dass es so klingt wie es für die ohren vor 2000 jahren geklungen hat und es also zu entstauben in seiner übersetzung aber das ist geschmackssache wie sie wollen meinetwegen kann er nicht eingehen in das reich gottes oder kann er in das reich gottes nicht eintreten und jetzt kommt die erklärung von jesus wie er das gemeint hat was aus dem fleisch geboren ist ist fleisch und was aus dem geist geboren ist geist aber du weißt nicht woher er kommt und wohin er geht so ist jeder der aus dem geist geboren wurde gut angst machen und bis zum nächsten mal ciao a tutti pace bene geist nicht nicht wie die sind alle